Also wir haben auf jeden Fall ein anstrengendes Spiel hinter uns. Es sind von meiner Meinung nach zwei Punkte gewesen, die uns den Sieg verwehrt haben. Wir haben einerseits das Rebounding und andererseits unser Decision-Making. Wir waren in vielen Situationen, in den meisten Situationen immer eine Sekunde zu spät und so kann man nicht Basketball spielen. Nichtsdestotrotz, gegen einen Gegner wie Pratislava haben wir uns großteils gut präsentiert und haben unseren Körper brav hingehalten. Wir waren auch froh, dass es schafft, dass wir alle spielen. Wir haben die Möglichkeit, die D1 zu gewinnen und die D1 zu gewinnen. ein Stück. Du Start? Jetzt noch erholen wir, wirって jetzt advantages. Was machen wir? Es hält das wieder nicht voll so gut. Wir gehen durch die 가서 her. und wir arbeiten. Wir gehen nicht an die ganze Zeit, aber wir gehen etwas besser.